Alter Falter Junge, ihr geht immer näher ey. Ja man, wir holen auf. Let's go Leute. Okay. Meinti schreibt, dass wir beim nächsten Mal wirklich ohne Teams machen sollen. Aber warum? Am besten. Gute Frage. Das nimmt den Skill raus, sagt er. Also wegen dem Blitz? Ja, gut wegen dem Blitz. Ja, okay. Ich versteh was er damit meint. Ich versteh was er damit meint. Aber nicht zwingend teile ich die Auffassung. Es ist nervig, definitiv. Aber wenn man sagt, so Bagging an sich ist verboten, dass man also für den Blitz hinten bleibt und hält und sowas. Wenn man sagt, das ist an sich verboten, dann finde ich, sehe ich wenig Nachteile im Team. Ah, Benni, es tut mir leid. Scheiße, ich hab ihn getroffen ey. Oh ja. Okay. Ohoho, knappe Banane Simon. Hehehe. Er hat mich beinah selber getroffen. Das ist ja der Banane nicht getroffen. Hehehe. 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 Schwanzfigur. Was? Nein. Oh. Ich hab fast noch einen richtig guten Platz rausgefahren. Holy shit. Aber Leute, wieder eins. Oh Gott. Eins, zwei und vier. Let's go. Let's go. Let's go, Leute. Hab ich wieder nochmal kurz gemutet. Wow. Seid ihr die Runde gut gefahren. Let's fucking go. 14 Punkte nur noch. 14 Punkte nur noch. Wir schleichen uns Rennen für Rennen für Rennen für Rennen ran. Und wir haben sie safe. Das ist schwierig, wenn man auf alle Rücksicht nehmen muss aus einem Team. Und wenn alle auf einem Haufen sind, dann hast du überhaupt keinen Überblick. Dann kannst du einfach schlecht irgendwie. Ja, ich hab auch schon in einem Rennen, hab ich Simon den zweiten Platz denied und hab mir irgendwie auf einen siebten geschickt, weil ich ihn mit einer grünen vorm Ziel getroffen hab. Im anderen Rennen hab ich auch Blade getrailt mit einer roten oder so. Also es passiert halt auch einfach. Passiert einfach. Kannst du schwer komplett vermeiden. Ja. Das stinkt doch. Gewaltig. Bis zum Himmel, Alter ey. Kannst du die? Ich glaub, da musst du auch gut spielen. Ja. Oh nein. Von hinten Feuerpflaster. Danke, in der Luft werde ich getroffen. Oh mein Gott. Gibt nichts Schlimmeres, Alter. Ja. Man wird so lange resettet, das dauert zu ewig. Ja. Ich hoffe, das reicht. Jawohl, reicht. Ich halte die Mauer, Jonas. Haha, ich seh dich gerade hinter mir. Haha. Scheiß. Oh mein Gott. Was kommt da jetzt von Wind? Nope. Oh mein Gott. Was kommt da jetzt von Wind? Okay. 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 Ja. Ja Leute. Ja. Ja. Genau so Leute. Genau so. Genau so. So. Neun Rennen noch Leute. Fokus. Hör auf zu bangen. Was machen die? Die bangen. Alter Leute. Das ist mein Team. Ey. Das schwörst du mir. Leute. Lasst den Scheiß. Mein Gott. Ist das verboten? Ist das verboten? Shit. Die Bande war heftig. Die Bande war meine Walgeplädie. Ja. Kidann zu sehen, was ich ab war Frier. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Sorry. Holy shit. Ähm, Leute! Das ist Macht! Das ist wahre Macht! Das ist auch eine wilde Strecke, finde ich. Aber kann man auch sehr schnell, sehr schnell gemariokartet werden auf der. Okay. 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 Ja. 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 Die andere Rainbow Road Strecke jetzt. okay. Wie findest du die? Bist du generell jemand, der so generell Rainbow Road nicht mag? Oder kommst du darauf an, welche Rainbow Road das ist? Floschi. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Das war's für heute. Ich dachte auch, ich hätte Benni getroffen mit der Feuerpflanze, aber glaube ich Blade getroffen schon wieder. Das war's für heute. 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 Hey, ich bin kurz mute. Leute, ihr anderen wieder krass aufgefahren. Jetzt sind wir, glaube ich, mehr als 70, oder? Ja, jetzt sind wir schon bei fast 90, actually. 85 Punkte oder so haben wir jetzt Vorsprung, crazy shit. G20, 21, 22, 23, 24, 5 Rennen noch. Hüh hau-hah. Wuhh. Da kannst du vielleicht, ich weiß nicht, ein Game hört man da doppelt mal, glaube ich. Du hast da Hintergrundmusik. Ja, stört dich das sehr, wenn du das hörst, dann mache ich meine Discord-Unterdrückung einfach lauter. Kannst du die Kopfhörer ordentlich benutzen, aber benutzen kannst du keine Kopfhörer. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Sound von der Switch, wenn ich den auf dem Fernseher lege, auf meinen Kopfhörer. Ich habe schon den PC so eingestellt, dass es auf dem Kopfhörer ist, der Sound. Aber die Switch wird immer über den Bildschirm abgespielt. Ich weiß leider nicht, was ich da machen kann. Aber ich kann auf jeden Fall im Discord die Schwelle anders machen, was mehr oder weniger du einfach leise Geräusche nicht hörst. Dann muss ich halt einfach laut reden, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Aber das ist nicht so schön, dann hast du die Leute wahrscheinlich nicht. Aber das ist nicht so schön. Hachst du ein Rennen noch? Holy shit Aber ja, ich stelle das jetzt kurz auf Discord um. Bin gleich wieder da. Äh. jetzt höre ich gerade gar nichts also ich höre nur dich gerade ja ok, das wäre ideal weil ich habe jetzt eben den Pegel so hochgestellt dass halt nur wenn ich laut rede überhaupt das Mikro anspringt mehr oder weniger in Discord jetzt solltest du keine Geräusche mehr hören müssen so kommt es hin und weiter muss ich gerne rein dann solltest du keine Geräusche mehr Ja! Ja! Okay, das war das ganze Ja! Ja! Ja!" Ja! 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 Du hast da, du hast da! Du hast da, du hast da! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Hä? Sepp wieder insane auf der 1 trotz allem wild 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 wilde Runde Sepp. Wie viel ist es jetzt? Oh mein Gott, Leute. 96 Punkte sind es jetzt mittlerweile. 96 Punkte. 4 Punkte noch, dann haben wir 100. Und los, Jungs. 5 Punkte noch, dann haben wir 100. 5 Punkte noch, dann haben wir 100. Oh, schade, Blade. Habt gesehen, wie du gerade den stream nehmen wolltest. Ja! 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 Oh War ein Hintermann von dir, hat mich, Blade und dich getroffen, der Feuerpflanzer. Alle drei einfach. Toll, macht's gut. Mensch. Halt zum Maul, also. Halt die Glaube auf dir. Oder, was ist da passiert? Ich finde es schnell. Okay, da wurde ich durchgereicht am Ende. Aber Team hat verformt. Leute, GG. Simon, hab gesehen du warst erster gerade. Dickes GG auch an dich. Lange nicht mehr aktiv Mario Kart gefahren. Zwei oder drei erste Plätze jetzt auch wieder geholt. Wichtig, wichtig, wichtig. Das war's für heute. Das ist so ein Stück weit weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schade, die Litz hat gar nicht geschmeckt gerade. Okay, jetzt seht ihr noch mal vorbei. Ohohoho, okay, das ist gut los. Kann's nicht gehen. Boah, ich fahr wie in eine Flasche, ey. Hast du halt ich dann? Ich hab 8 Sekunden weniger. Warum? Okay, das war das letzte Rennen dann. Würde man sagen, am Ende dann doch relativ klar. Na gut, das war das letzte Rennen, ne? Ja, das war das letzte Rennen. GG ist auf jeden Fall auch an euch mehr oder weniger. Also generell mal von mir, GG ist an jedem, der mitgemacht hat. Ja, also haben wir auf jeden Fall auch aus meiner Seite aus sehr stark gespielt, an deinem Team, vor allem. Ja, also Sepp und Flavs da vorne haben zu krass performen. Ja, aber das war Gold wert, auf jeden Fall für euch. Wie meinst du? Ja, also die zwei waren ja Gold wert. Ja, 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 Flavs und Sepp haben absolut, absolut die Scheiße aus uns rausgecarried, aber. Ja, trotzdem, einfach, also ich, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Gerne, gerne auch wieder, auf jeden Fall. Ja, also...